Cole, Katy Perry im Hitradio Ö3, Sie hören extra bei der Arbeit mit Martina Rupp. Woher kommen die Jeansmarken, die wir so kennen? Meistens aus Italien, den USA oder Schweden. Nun mischen auch Österreicher mit. Seit einem Jahr gibt es bei uns die weltweit erste Firma für Marsjeans. Hinterm Namen Gebrüder Stitch stecken zwei Neo-Designer aus Salzburg und der Steiermark. Mit drei Style-Expertin Romana Nachbauer hat sie bei der Fashion Week, die zurzeit in der Bundeshauptstadt stattfindet, getroffen. Mike 32 und Moritz 31 Jahre alt, das sind die beiden österreichischen Jeans-Maßschneider. Nach Maßhemden, Anzügen und Schuhen haben sie mit den maßgeschneiderten Jeans eine absolute Marktlücke entdeckt, sagt Designer Moritz. Kunden kommen zu uns, wir sprechen über Jeans, überlegen uns gemeinsam die Farbe vom Nähgarn, die Farbe von den Knöpfen, ob die Hose tief sitzt, tüftig ist. Die Hose wird also den individuellen Vorstellungen und der Figur entsprechend angefertigt und kostet je nach Arbeitsaufwand und Jeans-Stoff ab 190 Euro. In der Industrie ist es so, dass die Arbeitszeit auf einer Hose ist zwischen 10 und 15 Minuten. Wir brauchen, allein um die Knöpfe anzunähen, ungefähr die gleiche Zeit spannen. Das heißt, man kann sich ungefähr vorstellen, was da an Arbeit drin steckt. Nach internationalen Trends orientieren sich die Jeans-Maßschneider wenig. Sie entwerfen, was der Kunde will. Wobei sich hier schon zeigt, was am Jeans-Markt zurzeit offenbar fehlt. Sehr, sehr viele Hosen, die man verkaufen, sind einfach ohne Just-Effekte, ohne Löcher. Dunkelblau. Und es ist anscheinend so, dass im Handel irrsinnig viele Waschungen und Bleichungen sind und viele Leute einfach nur eine Jeans haben wollen, die perfekt passt und jetzt gar nicht so wahnsinnig extravagant ist. Dabei ist bei der Maas-Jeans-Anfertigung alles möglich. Zum Beispiel auch eine Spezialhose für Radfahrer. Das ist eine Jeans, die sieben Features drauf hat. Zum Beispiel einen Magneten, mit dem man am rechten Fuß die Beinweite verengen kann, damit die Hosen nicht in die Kurbel kommen. Die hat Lüftungsschlitze. Die Brüder Stitch. Zwei junge Österreicher stellen bei der Vienna Fashion Week die weltweit ersten Jeans nach Maas vor. Romaner Nachbauer Ö3. Mehr Infos zu den österreichischen Maas-Jeans gibt's online auf oe3.of.at. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017